Zettel-Rätsel! Alter Falter! Mit eurem Let's Play Retro und DSD, Steve. Hier bei Vampire Stone 2, Everlasting Blood. Ja, Steve, dir gehört das Wort. Ja, wir haben im letzten Part eine Zettel-Rätsel-Request bekommen, zum Glück, also davon habe ich auf jeden Fall gewartet. Aber wir haben uns im Schloss immer noch nicht fertig umgeschaut. Im Part 99 oder 98, die wir gerade haben, kommen wir mal auf die Idee, die uns im Schloss fertig umzuschauen. 99, Steve, 99. Geh mal nach außen, genau, und geh mal nach, genau, du bist hier richtig, da sollst du den. Ja, ja, alles klar, gut. Äh, geh mal nach links? Vielleicht finden wir direkt schon den ersten Zettel. Äh, weißt du nach links? Hier finden wir bestimmt irgendwo ein Geheimnis. Gehen wir nach unten? Wichtig, dass nicht anbrechen! Oh, ich dachte, ich dachte jetzt gerade... Da kann man tweeten, deswegen lassen wir es so gut. Ach so, ich dachte jetzt gerade schon, das wäre ein Huhngenerator, ach man. So. Haiflasche halten. Lass uns doch eine Verbindung zum Innenturm, zum Innenhof schaffen. Warum nicht? Wir können einfach überall Teleporter erschaffen, an jeder beliebigen Stelle, why not? Warum nicht hier? So, fertig. Ja, jetzt haben wir hier einen Teleporter auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall, ähm, die Logistik entschlossen ein bisschen einfacher. Ja, jetzt kannst du mal nach rechts, äh, ich finde ganz interessant, warte mal, gehen wir nach links? Nach unten? Und da ist ein Soldat irgendwo, der hat auf jeden Fall einen Dialog. Da habe ich in Deutsch geändert, der ist mit Alex, kommt darin vor. Warte, ich brauche schon mal Vorsicht, sagen wir mal ab, ne, was das mit sich bringt. Dieser Innenhof gibt einen guten Platz für militärische Übungen ab. Das stimmt. Okay, gut. Schade, dass die und mir alle dasselbe Gesicht haben. Ist das geil, irgendwie das... Ah, ich dachte, es gibt noch einen Elektro-Daten. Ah, den finden wir bestimmt noch, den finden wir bestimmt noch. Warte mal, ich guck erstmal hier noch. Hier steht auf jeden Fall noch ein Vampir-Krieger rum. Ja. Also mit jedem Sprechen scheint sich ja auf jeden Fall irgendwo doch zu lohnen. Und das Schloss wird von uns von allen Kräften verteidigt gebietet. Dieses Schloss ist das wichtigste aller Schlösser und der höchste Priorität. Nur damit das klar ist. Ja, ähm, du kannst auf jeden Fall jetzt mal nach rechts gehen. Unten. Oh, ich wollte noch mit ganzen Leuten hier sprechen, Steve. Huiiii. Nach rechts, genau. Ich muss sagen, das war irgendwie sogar ein Teleport-Effekt, den ich nicht ganz cool fand. Ähm, da kann... Wollen wir hier reingehen? Da war der erste... Achso, ja. Okay, gut, da war der erste. Das finde ich süß, guck mal. Hier ist ein Vampirlord und ein, äh, Menschenkrieger, die hier einfach sich ganz gemütlich zum Kaffee trinken verabredet haben. Ähm, ganz oben, gehen wir nach oben weiter. Guck mal nach dem Schiffchen. Hier ist das Schloss, hier ist irgendwie das Schiffchen, genau. Und hier läuft irgendwo ein Vampir rum, der gibt uns was. Gehen wir nach rechts wieder? Rechts? Ja. Da ist ein Vampir, da ist ein Vampir. Gebiete, schaut, was ich hier am Schluss gefunden habe. Rezept 20 erhalten! Aber, wir haben doch eigentlich schon alle Regale gelootet. Ja. Wie kann er das gefunden haben? Ja. Naja, gut. Versuchen wir einfach nicht die Logik, die Spiels zu hinterfragen. Genau. Ähm, jetzt kannst du dir einfach den Teleporter nehmen, den wir gerade erschaffen haben. Um wieder zurück ins Schloss zu gehen, oder? Da geht's gar nicht durch. Nein. Äh, das ist ja durchaus logisch, weil das ist ja ein Gebäude. Ach. Logisch, in diesem Spiel. Irgendetwas, wow. Und das hier ist der Teleporter wieder zurück, gehe ich von aus? Ja. Ja, alles klar, okay, gut. Ich hätte das auch irgendwie verwirrend, dass man manchmal im Teleporter direkt drinsteht und manchmal halt irgendwie an so einer anderen Position des Daums. Ja, genau. Gehen wir nach unten, Hummer's Gold ab von den Steuereinnahmen. Na klar, und von den Diebinnen. Wow, da liegt ja sogar einiges an Gold drin. 36.208 Fehler. Wow, Steve, du hast echt verdammt lange gespielt. Ja. Das muss ich jetzt an der Stelle machen. Wow, also Steve, danke, wirklich vielen lieben Dank. Da gehen wir direkt mal noch die Diebinnen besuchen. Ja, genau. Ansonsten, was hast du denn noch so Schönes vor? Drei Haltranken, ein Blitzstaub, ein Flammentranken, 11.302 Fehler. Wuiiii, Rich. Wollen wir die 100.000 Fehler abgeben? Ähm, ja, machen wir das mal. Ich denke nämlich auch. Weißt du, welchen Teleporter wir dafür nutzen mussten? Ähm, den haben wir noch nicht. Wir haben dafür noch keinen Teleporter, logischerweise. Weil das Schloss dann noch nicht. Ober damit ja das Schloss. Ach so, logisch, ja, okay. Du hast absolut rechts, Steve, du hast absolut rechts. Also du musst jetzt hier mal nach oben fliegen. Ja, das ist gar kein Problem. Weißt du noch, welches Schloss das war, dass wir zunächst gezielt hinfliegen können? Oben links. Als Tipps, speichern hier bitte mal. Warte. So, gespeichert. Äh, oben links. Oben links ist irgendwie ganz schön weit weg, aber... Ja, fliegt ja immer hin, genau. Werden wir einfach hinkommen. Und so erkunden wir auch den Rest der Welt. Ja. Wir haben noch nicht die von Beatrice gewünschten 10 Highlights. Geil, oder? Geil, oder? Geil, ne? Ja. Anscheinend, dass einfach alles im Quest-Log-Britte steht, erfährst du immer erst, wenn du alles hast, was du als nächstes brauchst. Jetzt glaube ich, dass wir ab sich grad hinfliegen, dass wir nicht wussten, dass wir nicht die Highlights geprägt haben. Das... Aber war das das Schloss? Mussten wir jetzt 100.000... Ja. Wir mussten uns zuerst 100.000 Piler abgehen, und dann... Warte mal jetzt... Jetzt will ich nochmal ganz kurz nachgucken, weil ich jetzt gerade verwirrt bin. Das war doch nicht bei Beatrice, sondern bei diesem anderen Typen, oder? Nein, nein. Das ist grad... Nein, das ist doch nicht Beatrice. Beatrice war die Sache mit dem... Guck mal. Guck mal, Dysdog wollte... Dysdog wollte doch das haben. Nein, der wollte was ganz anderes haben. Er wollte die Rezepte haben. Oh, okay, gut. Dann... hab ich da irgendwas falsch in Erinnerung. Gut, es tut mir leid, Steve. Ja, das war die Failquest, siehste. Ich wusste, da kannst du nämlich einfach erst 12 drücken und laden. Ach, Leute, wenn... Genau, wenn ihr wisst, wo man Heidelixiere bekommt, dann könnte es ja nicht... Man kann sie kaufen, aber das... Ich guck einfach mal bei den Kindern der Apokalypse nach. Da nicht, aber woanders kann man sie kaufen. Ich hab sie sogar mal in vor... sechs Parts oder so gesagt, wo man sie kaufen kann. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Weil wir finden Heidelixiere beim Erkunden von sich. Aber geht ruhig nach unten. Denn es ist ein alter Bekannter wieder da. Ein alter Bekannter? Genau, eine Ebene noch nach unten gehen, genau. Dann gehen wir jetzt mal links durch den Lida-Teleporter. Da. Ach, perfekt. Aber wir... Hä, haben wir denn... Haben wir denn... Ja, keine Ahnung. Ach, vielleicht... 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 Oder es wurde tatsächlich über einen Timer geregelt. Ja. Das kann ja auch sein, dass Ingame irgendwie... Erst eine Stunde vergehen muss oder so. Ja, also irgendwas auf jeden Fall. Na, ihr seid es. Ihr habt mittlerweile einige Bogen eingenommen, habe ich gehört. Nein. Wie wäre es für eine Entschuldigung für den kleinen Betrug beim letzten Mal? Betrug? Du beleidigst mich, Dreckskerl. Ihr habt für einen magischen Trick bezahlt. Und den habt ihr bekommen. Und der funktioniert perfekt. Meine Diebeninnen sind keine Puppen, die ich anziehen will. Die sollen klauen. Keine Sorge, du Pimpf. Das tun sie auch in Menschenform. Abgesehen davon, ich meine... Okay, es ist zwar ein kosmetischer Unterschied, aber ganz ehrlich gesagt, der wäre mir nicht mal aufgefallen. Dir, Steve? Aber ich meine, ob die Dieben denn jetzt irgendwie Menschen oder Vampire sind? Ja. Eigentlich sind ja die Spitzszenen ja bewusst nicht direkt zu sehen, ne? Und ich meine, letztlich ist es eigentlich auch die Frage, ich meine, hat sie da jetzt sozusagen... Also ich meine, sie muss ja irgendwie so einen Illusionstauber auf die... Ja. ...gesprochen haben, so ungefähr. Wirkt der jetzt nicht? Kennst du es auch nicht, wenn du in den Kleiderschrank gehst? So, ich nutze jetzt mal einen Zauber. Jetzt habe ich was anderes an. Die Frage ist genau, wirkt der sozusagen für die Diebeninnen oder wirkt der nur für uns? Weil ich glaube, der wirkt doch sozusagen nur für uns, oder? Dass nur wir, dass die sozusagen... Ne, die sehen jetzt so aus, sozusagen für alle scheinbar. Ah ja, okay, gut. Also sie haben sich umgezogen. Es wäre irgendwie cool, wenn sie sagen würde, das hat nämlich noch den und den Vorteil und jetzt können sie nämlich das und dieses und jenes machen, weil, wie Menschen auszusehen, hat den Vorteil nicht als Vampir erkannt zu werden. Mhm. Also wie dem auch sei, ja, braucht schon Vorteile. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt, der euch, äh, verheulen wird. Ja, ganz bestimmt, genauso wie der erste. Mhm. Geradezu absurd günstige 6.000 Feeler zahlt ihr dafür. Interesse? Na klar. Du denkst, wir sind dumm genug, nochmal für so eine Spielerei teures Geld auszugeben? Das ist kein teures Geld. Das sind nur 6.000 Feeler. Richtig. Nur weil meine Magie keine Köpfe wegsprengen, heißt das nicht, dass es nutzlose Magie ist. Doch, genau das heißt es. Und jetzt verschwindet nicht meine Zeit. 6.000 Feeler für einen neuen, magischen, erfreulichen Zauber. Naja, was soll's, sind ja nur 6.000. Egal. Ihr seid klüger, als ihr ausseht. Das hat sie beim letzten Mal auch schon gesagt, oder? Sucht, äh, eine Treppe im Südosten eures Erdgeschosses auf. Dort habe ich, äh, ähm, meinen Zauber in einem neuen Raum angebracht. Ja, liest eure Erinnerungen und schafft damit tödliche Bilder eurer vergangenen Kämpfe und Schlachten. Okay, gut. Okay, pass auf. Ähm, hier muss ich jetzt eine Kleinigkeit vorwegnehmen, die ich halt gesehen habe. Nur, jetzt muss ich so sagen, da gibt's eine Treppe mit einer Kiste, ja. Ich hab mal, ich hab mir schon gedacht, was dahinter ist und hab's ausgetestet. Im Schiff gibt's nämlich, das Schiff ist ja ein Abbild von dem, was wir hier am Schloss haben. Ja. Und ich habe das Schiff ja nur ganz kurz mal einmal durchgelaufen und da ist mir aufgefallen, dass es einen Raum gab, den wir im Schloss noch nicht freigeschalten haben. Und da kann man sich alle Kampfeffekte nochmal anschauen. Und deswegen dachte ich mir schon, hinter der Kiste ist schon dieser Raum. Das heißt, im Schiff ist der jetzt schon freigeschalten. Obwohl wir ihn in Wirklichkeit noch gar nicht freigeschalten haben. Das würde ich allerdings, weißt du, das Schlimme ist, das würde ich eigentlich echt extrem gerne mal kurz zeigen wollen. Du musst dann laden auf den Spielstand vorher nochmal, laden auf den Spielstand. Nee, skriptisch. Warte mal, du meinst, der Raum ist bereits verfügbar noch, bevor wir hier mit ihr... Im Schiff, ja. Mega witzig. Das ist ja... Flieg jetzt einfach mal hoch zum Schiff. Das ist ja, das ist ja mega lachhaft. Ich muss nicht hochfliegen, ich benutze einfach ein Teleporter. Ja, schon auch, geht auch, oder? Halt einen Moment. Dafür muss ich natürlich auch in die richtige Richtung gehen. Das ist ja irgendwie manchmal, verwirrt mich das... Ich hab's nämlich gewundert, dass ich den Raum nämlich gesehen habe auf dem Schiff. Wusste ich, der muss ja hier ja auch im Schloss sein. Und dann hab ich einfach mal geschaut, wo wir uns im Schloss nicht umgesehen haben. Eigentlich, weil ich die Galerie suchen wollte, muss ich dazu sagen. Und dann hab ich ihn dann gefunden, wo ich das gesehen habe. Und ich zeig dir gleich, wie dieser... Ähm... Ich geh mal davon aus, das ist der Teleporter. Ja, okay, gut. Genau, so. Und zwar geh jetzt, äh, einfach einmal nach oben. Äh, geh jetzt nach unten sozusagen, also auf dem Schiff nach unten. Naja, ich weiß nicht, was du meinst. Geh nach oben, geh dann wieder nach unten. Okay. Ja. Und gehst dann hier sozusagen wieder, ähm, rein. Genau, und da runter. So. Und jetzt gehst du nach links. Jetzt sprich mit keinen Leuten und so. Warte, na, na. Wirklich, ich mach einfach nur das, was du mir sagst. Ja. Genau, nach rechts. Wow, wirklich schwer. Wenn ich mir überlege, wer... Niemand würde das so aufbauen. Niemand würde das so bauen. Ja, ja. Warum gibt's hier nicht auch noch einen Durchgang? Ist irgendwie... Ja. Wirklich... Ja. Ja, ja, ja. Jetzt kannst du hier, warte, durch den Teleporter links gehen. Durch den Leader-Teleporter. Ja. Sag das mal. Vorsicht, aber noch mal. Auf dem anderen Spielstand aber. Ähm, nee, warte, dann war's der nicht, der geht noch mal durch. Naja, wenn ich wieder durchgehe, dann sind wir wieder am Schluss. Ah ja, stimmt. Das ist ja, das ist ja die Krux an der Sache. Ja. Das ist ja das große Problem. Deswegen war's so sinnvoll, davor noch mal abzusprechen. War's hier nicht? Okay, dann gehen wir wieder nach oben aufs Schiff. Ja, das ist... Das ist okay. Ihr seht schon, wie's... Das ist so, wie's... Ich find das aber wirklich so geil. Wirklich, wie viele NPCs hier rumwuseln. Weißt du, das Schöne ist, wäre dieses Spiel so auf diese Art und Weise damals sozusagen zum Original-Release erschienen. Das hätte wahrscheinlich die ganzen Computer überfordert. Ja. Also ihr seht... Dann gehen wir natürlich das Rechte durch, ja. Ja, genau, hier war's. Okay, super. Dann gibt's da rein von Dimensionen ja gar keinen... So geil, wie sie einfach alle am Tisch sitzen und sich ein Hähnchen teilen. Also wie gesagt, alles was im Schloss ist, gibt's hier auch nochmal. Deswegen... Gehen wir wieder... Ne, ich spreche noch nicht mit ihr. Ach so, was? Sprechen mit ihr. Geht euch den Teleporter zurück. Ähm, und zwar zeigen wir jetzt mal, wo der ist. Und zwar unten rechts ist der ja. Also gehen wir jetzt die Treppe rechts runter. Ah, ne. Entschuldige. Entschuldige, gehen wir nach oben. Entschuldige. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß nicht. Der Aufbau, die Orientierung hier... Geht euch die Tür hier durch in der Mitte. Das Schlimme ist halt, dass ich mir auch denke, durch diese ganzen Teleporter wird's nicht einfacher. Ja, ja. Weißt du eigentlich, wie extrem viel du dir merken musst bei diesem Spiel? So, jetzt gehen wir nach rechts, bitte. So. Und, ähm... Jetzt geh nach unten hier diesmal. Glaub ich, hier könnte es sein. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Geh weiter. Ähm... Warte nach unten. Was hier? Da muss er wieder einen Heimgang. Vampirsteine halten, cool. Okay, das machen wir dann später, weil jetzt was da wieder laden. Ah ja, du hast recht, du hast recht. Äh, geh... Äh, geh mal hier die Etage runter. Aber wenn ich runtergehe, komm ich doch zum... Ne. Ne, das war jetzt mal woanders. Ne, das war woanders. Ne, das war woanders. Ne, das war woanders. Gehen wir mal nach oben. Sag mal, es geht irgendwo irgendwo noch mal eine Treppe nach unten, wo die Kiste... Ne, 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 Entschuldige. Bleib auf der Ebene nach oben. Ich sag jetzt, wir müssen mal Ebenen runtergehen. Okay, okay. Also bleib ich jetzt hier. Nein, geh die Ebene runter. Okay. Danke, Schützi. So, den Gang nördlich nehmen. Ich meine, ich hätte ja auch schwimmen können, dass wir doch niemals hier waren. Das kommt mir irgendwie gerade total... Okay, doch, wir waren schon mal hier. Ja, genau. Wo war die Scheiße? Ja, hier. Bäm. Genau, genau, stimmt. Hier kommen wir jetzt nicht durch. Jetzt drücken wir mal Steuerungstaste. Ausnahmsweise. Ja, dann sind wir auch in den Raum. Siehst du, das ist der Raum. Du hast recht, da hier ist auch das Geheimnis. Ja, genau, das ist der Raum. Also kannst du jetzt wieder F12 drücken. Oh man, das ist maximal natürlich. Das heißt, auf dem Zip ist der Raum schon freigeschalten, obwohl wir ihn im Schloss noch nicht freigeschalten haben. Ne? Das wurde nämlich so nicht getestet. Das ist... Ja. Habe ich auch natürlich zu verwirrt, weil ich mir zuerst das Schiff angeschaut habe. Das heißt im Klartext, wenn man also Sachen im Schloss noch nicht freigeschalten hat, und das Schiff freischaltet, sind die quasi über das Schiff erreichbar? Also zumindest bei dieser eine Sache auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber du hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich wird das nicht das einzige sein. Ja. Hier müsste man eigentlich nochmal drüber testen, so nach dem Motto. Ja, theoretisch. Aber gut. Wir müssen dazu immer noch sagen, wir spielen Version 1.9. Deswegen haben wir keine Ahnung, was bei der aktuellsten Version gerade der Fall ist. Ja. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit über uns vertreiben können. Wollen wir jetzt mal... Ja, genau. Es gibt noch eine Person mit Faceset. Telepoli dich mal und telepoli... Oh, wow. Das funktioniert krass. Telepoli dich wieder mal durch. Mal gucken, ob es hier etwas Neues für uns hat. Aber, warte mal, das finde ich interessant. Weil das bedeutet ja dann sozusagen, dass es diesen Raum hier mehrmals geben muss. Hm. Weil das... Die Sache ist, wenn wir in dem anderen Raum den Teleporter benutzt haben. Hm. Aber ich meine, wie funktioniert das jetzt sozusagen gerade? Warum haben wir jetzt eigentlich zwei Schalter links? Hast du das gesehen? Dass das zwei Schalter waren? Rechts sind jetzt zwei Schalter. Ja. In der Wand. War da vorher nur einer oder was? Ja. Okay. Grüß bitte mal damit ihr nochmal. Du hast recht. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendwas Neues für uns oder auch nicht. Solltet ihr weitere Vorschriften gemacht haben, werde ich mein nächstes Werk verendet haben. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, sonst bin ich aber trotzdem neu. Ah, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Leg bitte mal jetzt den rechten Hebel um bei ihr. Genau! Je nachdem welcher Hebel umgelebt ist, kommst du entweder ins Schloss oder zum Schiff. Das ist eine gute Idee. Und den rechten mit einem umlegen? Genau. Welches Schloss? Standard und Alida. Nochmal auf Standard. Jetzt geht er mal rein. Dann stell mal Alida ein. Hat damit nichts zu tun. Soll denn Alida sein als Schloss. Ich bin auf jeden Fall verwirrt. Egal, wir gehen jetzt einfach. Die Sache ist, jetzt habe ich irgendwie Bock nochmal zurück zum Schloss zu gehen, weil ich nochmal vom Schloss aus sozusagen zu Alida gehen will. Einfach jetzt nur, um das nochmal herauszufinden, weil jetzt bin ich halt gerade confused, wie das jetzt gerade genau funktioniert mit dem Teleport. Weil ich hätte nämlich auch zuerst gedacht mit dem Hebel... Nimm mal irgendeinen anderen Teleporter bitte. Oben. Oder, ja. Du hast recht, genau. Hier einfach einen. Ne, den nimmst du mal nicht. Nimm mal oben einen der grünen bitte. Genau. Und jetzt bin ich wieder am Schloss. Ja. Und jetzt, wo ist noch gleich zur Alida? Ähm, in den Turm rein, links. Genau, ja. Tut mir leid, gerade wegen dem Flugzeug, das gerade vorbeifliegt. Das hat man nicht, oder? Das hört man nicht. Und jetzt links sozusagen dann. Genau. Genau, hier oben. Warte mal, ich speichere das nochmal. Ja, genau. Und gehe dann mal direkt gleich wieder nochmal durch. Interessant. Bei dem wird es einfach gemerkt scheinbar. Bei dem Teleporter, wo man herkommt. Aber... Es wird sich einfach gemerkt. Achso, du meinst genau, dass bei dem Teleporter eingestellt ist. Das heißt, dass er dich sozusagen zurück zu der Location bringt, von der du gekommen bist. Ja, genau. Es ist einfach eine Variable, die sozusagen abgefragt wird. Wäre halt cool gewesen, wenn man das auch bei mehreren Teleportern gemacht hätte. Ich spreche jetzt nochmal mit ihr, ob sie jetzt vielleicht, ähm... Ich glaube, wie gesagt, ich glaube... Was ist das? Ein rosa Häschen. Das ist ein rosa Häschen. Ist der kleine Scheiße nicht zum Aufessen? Den hat Anastasia vor mir von einem Flohmarkt geklaut. Rosa ist zwar nicht ganz so meine Farbe, aber er zählt ja der Gedanke. Sehr romantisch. Zumindest romantischer als ein Trinkbecher aus dem Kopf eines Bürgermeisters. Und eine Flasche Wein aus denen Tränen gefolter Kinder. Wie kann man bitte schön aus Tränen Wein machen? Ja. Jesus, der in dieser Welt nicht existiert! Aska! Was zum Teufel soll das jetzt gerade schon wieder sein? Hä? 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 Was? Es gibt keinen Gott und keinen Jesus in diesem Welt. Also ich wusste... Es gibt eine Kirche, ja, aber bisher wurden wir nie Jesus Christus an und so weiter. Oder? Nein! Überhaupt nicht! Was soll der Käse schon wieder? Was ist denn das schon wieder für ein komischer Vierte Weinbruch? Warum fällt Nyria gerade so extrem aus der Rolle? Hey, diese Sache machen wenigstens kreativ! Und woher weiß Aska jetzt schon wieder, wer Jesus ist? Ich glaube, ich nenne ihn Merlin. Das heißt... Ja, dann spreche ich jetzt mal wieder mit ihr. Es hat sich ja schon mal was verändert. Äh, wenn das mal nicht unsere famosen Schlüsselsammler sind. Das Schöpf von der Jagd! Schwing keine Reden! Du hast sicher einen neuen, großartigen Zauber vorbereitet, den du uns andrehen möchtest! Wow, schon extrem viel abgeschnitten diesmal! Das habe ich tatsächlich! Äh, war mein letzter Zauber zu eurer Zufriedenheit! Wir haben uns den was ja noch gar nicht angeguckt! Nun, es gab zumindest keinen Anlass zur Beschwerde... Wir haben uns den gar nicht angeguckt! Wir... Hä? Das fack einfach nur! Vor allen Dingen hätte man tatsächlich das damit lösen können, indem man einfach ne Variable macht, die sobald man den Raum einmal betritt auf 1 hochgeht. Und... Wenn es nicht einfach jetzt abgefragt wird... Ähm... Hier, ne? Ähm... Hast du das jetzt auf die Variable? Ist hier auf 1? Dann sagt man das! Und wenn nicht, haben wir uns noch nicht angeschaut! Fertig! Ne? Also, das kann man ja gleich gleich machen! Hervorragend! Für mein neuestes Werk habe ich mich der Kunst gewidmet und einige der... Äh... Besondersten... Nein! Können wir uns solch einen Luxus überhaupt erlauben? Ja! Ist das so geil wirklich immer... Ich finde das echt immer geil, wie die Figuren immer so tun, als wäre das irgendwie ne Menge Geld! Ja! Es ist irgendwie... Die haben irgendwie auch kein Verhältnis zu irgendwas! Ja! Ich denke wir erlauben es uns! Why not? Wir wollen doch alles zeigen! Ihr seid gute Stammkunden! Vampire! Den Raum findet ihr im zweiten Stock auf dem Weg zum... Magierzimmer im linken Gang! Wie Spaß damit! Ich würde vorschlagen, den Raum gucken wir uns erstmal noch an! Ja! Erstmal sehen! Ich bleibe skeptisch! Von mir aus! Das ein oder andere Ass im Ärmel habe ich noch! Also es wird meinen Raum erneut auch, sobald ihr dieses und jenes erreicht habt! Ja! Wahrscheinlich reicht es einfach, wenn wir jetzt zwei Minuten warten! Aber jetzt bin ich tatsächlich nochmal neugierig! Aber guck mal! Wir haben doch ein Speicherkristall! Wieso haben wir zwei Stück davon? Hä? Wow! Das schlägt dir jetzt gerade auf, dass wir zwei Speicherkristall haben! Ja! Wir haben ein paar zwei, zwei Stück! Weil du die einen ercheatet hast und einen Hammer gepunden! Ach so war das! Ach! Das war ein paar zwei, wo du erzitel hast mit Cheaten! Guck mal, das Schloss sieht anders aus! Wisst du das? Aber er hat sich geändert! Hä? Weil wir die Einstellung geändert haben, denke ich mal! Welche Einstellung denn jetzt bin ich gerade... Na, in ihren Raum haben wir doch die Einstellung geändert! Jetzt ist das Alidas Schloss! Ach! Jetzt verstehe ich das! Okay! Ja! Moment, jetzt bin ich wieder auf dem Schiff! Da wollte ich gar nicht hin! Nehmen wir einfach einen grünen Teleporter! Ja, du hast recht! Einfach einen der grünen Teleporter nehmen! Gut, dass das alles nicht so eingestellt ist! Blob! Aber da war auch wieder so ein Hebel, ne? Hast du das gesehen? So, genau! Also jetzt habe ich mich verwirren lassen! Also, pass auf! Wir wollen jetzt zum Magierzimmer! Dann gehen wir nach unten! Genau! Nach unten und dann nach links! Ja! Ähm, hier ist übrigens ganz witzig! Sprich mal! Wobei ich sagen muss, mir gefallen die Farben des Schlosses sogar irgendwie! Ja! So, genau! So! Und dann nach oben! Wo immer? Genau! Ich glaube das Magierzimmer war hier in der Mitte! Oder war das hier der Turm? Also war das Magierzimmer nicht von dem Turm aus zugänglich? Oder? Gehen wir mal weiter! Gehen wir jetzt weiter? Hat sie das gesagt vom Magierturm aus nördlich? Oder? Achso, hier haben wir nur einen Runengenerator drin gefunden! Genau! Hier hinten kommt dann nämlich schon wieder der andere Turm! Aber ich meine, wenn nicht, so wichtig ist es jetzt auch nicht! Wir können das dann auch in der nächsten Folge noch machen! Genau! Ja, nee! Gehen wir mal eine Etage runter! Einen Versuch machen wir dann noch immer eine Etage runter! Und dann noch weiter runter, ne? Aber nee, warte! Okay! Wir zeigen den auf jeden Fall mal bei Gelegenheit! Genau! Wir zeigen den auf jeden Fall bei Gelegenheit in einer der nächsten Folgen dann! Wir gucken einfach, ob wir das Ganze strukturieren! Wie gesagt, die nächste Folge wird dann auf jeden Fall die Hundertste sein! Und das sollte doch auf jeden Fall Anlass bieten für etwas ganz Besonderes! Wer weiß! Vielleicht gucken wir uns ja mal hier in der Stadt an oder so! Ich weiß es nicht! Steve wird sich auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen! Nicht wahr, Steve? Ja! Und wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben! Leute, bis zum nächsten Mal hier bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood, wo wir ewig während durch die Gegend laufen! Tschö, tschö! Tschö, tschö!